Servus Lanavetano hier. Willkommen zur nächsten Runde im Marathon. Ich spiele Irelia Toplane. Ich habe mich gerade aufgeregt, dass ich immer die urschlechten Champions spielen muss gegen die urstarken Picks, wie zum Beispiel... Ja, so will das so. Wie zum Beispiel den einen gegen den anderen? Ja, den Hacker Rimm halt. Ich wollte eigentlich nur den Witz bringen, dass Hacker Rimm da das alte, das alte neue war und jetzt, ich muss gegen das neue, neue spielen. Nämlich gegen Urgot. Urgot. Der ist ja jetzt gestern in der LCS gespielt worden. Und weil ich jetzt gesagt habe, gestern wissen alle, wann ich das aufnehme, aber ist mir egal. Massenproduktion bei Betano. Dislike, Deabo, Defavorisieren. D, Entmaterialisieren. Nein, ich gehöre nicht raus. D, Subtrahieren. Ah, genau. Wer ist dabei? Der Rakev ist dabei. Der Azul ist dabei. King H ist wieder dabei. Bananasblazer ist auch dabei. Und der Azul freut sich, weil ich weiß, dass er der Sahne-Cake ist. Oder? Ja, na ja, es geht. Es geht. Was hast du jetzt für eine Antwort erwartet? Ja, ich liebe dich dafür. Ich muss sagen, ich habe voll vergessen, dass du jetzt gleich aufnimmst. Ach so? Ja, 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 kein Problem. Ich habe das super toll überspielt. Ich warte immer auf kurze Stille und dann labere ich einfach und dann labert nochmal keiner. Weil ich so liebe Leute habe. Wobei ich hatte auch schon mal Leute, die labern mir ganz dort rein. Aber das ist kein Problem. Nein, ich meine, jetzt ist es mir wurscht, wenn mich unterbricht. Aber ich meine, wenn ich sage, Servus Laloitano hier. Also darf ich dich unterbrechen, ja? Ja, sicher darf ich mich unterbrechen. Ah, dieser Nunu, der sieht so, diese Proportionen von seinem Körper sind einfach gut gelungen. Mir ist letztens aufgefallen, wie gesagt, ich habe heute mit einem in der Solo-Q gespielt. Das Champion-Porträt schaut einfach richtig bescheuert aus. Der, wie gesagt, schaut aus wie ein vollidioter Typ. Schau mal, mit seinem Grinden so. Hm. Schaut das mal an, bitte. Ich meine, das gibt es ja nicht. Da kommen so Schlöße noch nicht. Doch, sicher. Er schaut schon übelst bemitleideswert aus. Sag. Ups, ich muss mich jetzt aufs Last-Hitten konzentrieren. Aufs Last-Hitten? Ich bin normalerweise kein ADC. Wer Last-Hitted ist heutzutage schon. Äh, das hat man früher mal gemacht. Was bist denn du von Hipster? Wer Last-Hitted? Flash-Aphonic Knight macht kill das. Junge, der will nicht 3-Talons striken. Aber nicht mit mir. Der Draven, der hat so'n Poke, ey. So'n Peaks. Irelia OP. Ah, sehr schöner Trade für mich. Der hat auch, ich verstehe jetzt noch rum, wenn Xin Chao mit Flask anfängt. Das verstehe ich nicht. Warte noch nicht einnehmen, gell? Hm, ich warte noch, bis der kommt, sich vollkommen aufgebaut hat. Normal sollte der Junge doch eher voll aggro gehen mit... Ah, fahr jetzt hab ich nicht. Ich nehm selber. Mit Doran's Blade oder so. Aber dann nicht. Oh, der hat ja mal über das Mana verbraucht. Xin Chao? Ne, Bart. Ach so, ja, 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 ja. Und fang eigentlich die Bartwitze an. Der hat, die haben doch schon so'n Bart. Der hat Witze. Ja, genau sowas meine ich. True will cannot be defeated. True Damage incoming. Oh, der Name war's top. Hast du das Ding grad in mich reinplatzt? Ja, hast du gesehen. Ich hab das immer da in die Ecke gemacht. Halt, das Ding macht ja... Es gibt ja auch Vision, das finde ich. I'm coming. Nooo. Last hit'n ist grade voll perfekt. Ich glaube, es geht dem WLAN hoch. Push that shit. Push it. Push it. Push it. Push it. Was mach ich jetzt? Mach sie natürlich, Alter, ich bin dumm. Boom. Ah. Irelia ist eh nice eigentlich, aber ich bin trotzdem nicht so gut mit ihr. Gut, alles gut. Ah, haha. Ja. Jawoll. Ja. Alter, jetzt kommt ein Artilus Burst, Junge. Jetzt bist du tot. Sag mal, warum guckst du denn auf uns? Ja, keine Ahnung. Ich bin grad nur am Pushen und was soll ich machen? Ich kann, Xenchao nicht unter dem Tarot-Terrors. Ich würde meine Dinger einnehmen jetzt hier. Ah. So, dann natürlich jetzt erst mal... ...Banis Klug steigen. Keine Ahnung, deswegen geht er nicht wirklich viel weiter. Jetzt geht mein Weh. Ist vielleicht besser. Du weißt, jetzt hab ich schon einen Löffel voll gegessen. Halt auch kein Dings da. Ich wollte jetzt ja einen schon einen Geflügelsalat essen. Ganz knapp überlebt. Easy. Ja, das ist ein Sau dafür. Komisches Ding auf seinem Kopf. Nur mal kurz hochgeschaut, das sah aus, als wäre der ein Indianer. Ist er auch. Ja. So dann. Äh, Diana, no Fletcher, no Ignite. Die Bitch. Oh, der wandernde Caretaker. So. Ja. Ist voll voll verlockt um die ganze Zeit hier so die Dinger einzubringen. Ja, oh. Irgendwie so eine Maus. Wie? Hat er dann selbst verpasst? Ah, dafür was du reportet. Oh mein Gott! Ich hab noch niemals zwei Meter mehr als der Gegner. Alter. Disengagen. Oh. Jeder tut. Nein. Kann wir top töten? Top töten? Hat er geflasht voll? Ich glaub nicht, oder? Wir willst ihn töten. Nö. Aber auch ein cooles Portal. Wenn er mich haut ein bisschen unterm Stunt. Jetzt könnte ich ihn. Ja. I'm coming. Loll. Äh. Nein! Nein, diesmal sterbe ich. Er hat auch geflasht, weil er stimmt, ich bin ein Total. Nein. Ist egal. Der ist immer tot. Lane tags. Machst du jetzt Ulti da, oder was? Also. Hahahaha. Hab nicht mal Ulti. Ja, dann ne Fahndmittel, ja. Wir heißen Sturm schon wieder. Ah, nur die Missforschen. Ah, nur die Missforschen. Nein, Spaß. Achso, ist das mit Bloodball gegeben? Easy. Ja, hab ich. Wo, okay. Machen wir's draus. Ja, ey, es droht. Was soll ich machen, außer pushen? Uh, fette Wave. Na ja, immerhin pushen. Zack. So ein Homo. Tick ja irgendwo, Worts. Das kann ich eigentlich... Äh, na, ich glaube nicht... Nein, hat es nicht. Oh, nein, what the fuck. Da ist der Nasos. Die haben den... Komma, ich komme. Ja, jetzt ist jetzt... Da bin ich schon seit drei Jahren wieder weg. Ja, keine Ahnung, der hat er gekämpft anscheinend, was er sich. aber doch da ich laufe in den Haken rein ich hab's nicht getan ich hab mir den Ort eigentlich auf Tengue das treibend er ist es geschieht Nordau Nautilus geht aber auf irgendwas Tankmäßiges weil er hatte die Crystalline Bracers ich bin die voll nutzlos irgendwie ich bin ich mit denen irgendwie noch schwach ja aber ich kann dann Bot-Ultin hm naja Dusted Dusted Bluebuff ich hätte ja immer in mich rein, warum ok Top-Lane brauchst du du kannst ihn nehmen ist ganz ok ja ich hab die Tee nice dank sehr 3 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 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 6 7 7 10 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 9 12 6 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 15 15 15 15 weil es sich einfach nicht wehren kann fack ist den tags ist egal, hilf mal pushen, der Tower ist fast down und zwar auch auf der Boat Lane hat's pushed, ich schiebt nicht so weit genau, die los läuft aber auch auf der Boat Lane, als hätte er Flip Flops an ja, geh mal drauf auf den Tower wow, what the fuck, da ist der Teleport Junge, was machst du da? ich hab keinen Mana mehr okay, dann halt nicht und ich hab keine Flasks mehr, also keine Flasks mehr ui, da ist der komm hier, jetzt ulti wir haben Feuer nein weggeburstet der Draven ist halt dezent stark oh, scheiße ja, aber erst mal taunten ihr schafft es schon, ich musste meine Top Lane halten oh, die trifft mit den Kuh, nein voll bad du 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 der immer einsickert, wie so ein Luftballon ok creeps dir hier denkst es häng ich auch überhaupt nicht nach mit einem Farm Was wollen die Jungens von mir, ha? Was wollen die? Nein, nein, da sind sie, da kommen sie. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst. Er hat Flash. Oh, Mann. Oh, nein. Ach, Twisted Fate, der ist ja von uns. Gut. Schau mal kurz zu, wo es geht. Nein! LOL, das Ultimate! War doch cool! War eh gut. War schon gestorben. War eh gut. Ich mein, mal glänzen alle. Ah, komm schon. Ja, der kommt ran. Der kommt ran. Ja, klar. Ja, bam, bam! Nein, ich wollte einfach hart spielen. Ich muss auch wollen. Ich bin jetzt 4, 5. Hier ist kein Problem, Mann. Jetzt holen wir uns noch Diana und dann ist alles gut. Ich hab gesagt, wir wollen uns da hin, Mann. Nein. Ja, ist okay. Oh, die ist godlike, Alter, was geht ab? Die ist bisschen stark. Die ist bisschen stark. Die Erbformen sollen jetzt in der Zeit. Wenn es Brüllen von Nunu. Wo ist der Doggy? Erzönt den Yeti nicht. Erzönt werdet ihr ihn gar nicht mögen. Wer uns Blu-Off geflattert. Idean, oder? Nein, das war ich. Und da hat sie es mit geflattert. Ja. Werde hier als Nunu gecounter-chunked. Bald hab ich Tryphars, Jungs. Ich hab kaum noch Mana. Ich sollte eigentlich weggehen. Geh weg. Die ist ja noch nie in der Lane gewesen. Du stoppst mich, du stoppst mich. Äh. Alter. Das ist kacke, wenn ich keine Mana habe, dann kann ich die kaum verhalten. Oh, da kommt wer. Dürfen wir den. Oh, man. Viele Stacks hat ein Nasus. Nur mal so nebenbei. Oh, zu viele. Äh, 243. Hüten. Oh. Wuhu. Wuhu. Ist halt dann im Jungle, jetzt hat er auch Free Farm. Aber na. Das ist mein erstes volles Item. Jetzt hab ich Tryphars. Da klingelt an Endlichkeit. Ah, er ist weg. Okay, kann ich mir den auch noch holen, die Wave. Oh, jetzt kommt Twisted. Ich hab so ein Schiss, dass jetzt gleich Diana kommt. Die ist eh mit da. Die ist eh mit da. Ach so. Ich kriege es ab. Dann wieder bei. Ich hab 1000 Gold mehr. Break es ab, holt's euch den, holt's euch den. Nasus ist top. Kann ich ihn nicht holen. Ach klar, Junge, du bist Bart. Hau ein paar Müsse drauf. Genau so, Junge, genau. Ich kann mal schauen. Da kommt, da ist ein Wort, gell. Nasus kommt auch runter, die kommen beide runter. Ich hol mir Top Tower, dann teleporte ich zu euch. Hoffentlich. Ist zumindest der Plan. Oh, jetzt kommt der Teleport. TP runter. Der Gegner, die kommen schon. Ja, ich sehe sie. Ich hab keinen Flash. Diana fokussen. Geht sie ja wirklich drauf? Oh, die macht einen Damage. Ich geh drauf, ich geh drauf, ich geh drauf. Ich hab keine Ulti zu, aber egal. Ich bin gleich stark, ich bin gleich stark. Oh, keine Hilfe. So willst du, ich geh drauf. Na ja, komm. Ach nein. Na ja. Nein, geht weg. Nein, Draven, du bist mir viel zu stark. Geh weg. Ah. Alter, ich bin so. Jetzt brauche ich noch sechs Assists. Das war irgendwie voll Kacke. Ich war jetzt irgendwie alle tot, obwohl ich von hinten quasi rein teleportiert bin. Ja, jetzt ist wieder unsere Schuld. Ja, eigentlich schon. Stimmt gar nicht. Wir waren halt ein bisschen die anderen... Problem ist, dass der andere Top-Lehner vorher geteleportet hat. Das ist doch total egal, bitte. Nein, das ist nicht egal, weil du bist... Hallo, die haben beide teleport. Nasus und Dings haben beide geteleportet, oder was? Nein. Wir müssen einfach in Zukunft mal zusammen rumlaufen, weil... Wir waren... Das blöd ist, der hat gar nicht geteleportet. Das war der Nasus-Teleport. Der war... Der ist einfach runtergelaufen, der Gsinn-Chao. Ich rumfläge. Ich hätte einfach top bleiben sollen und einfach den Tower holen sollen. So schaut's aus. Ah, jetzt beleidigt sein. Nein, bin ich nicht beleidigt. Ich sag nur... Rakif, du bist ein Noob. Klang sehr beleidigt. Rakif, du bist ein Noob. Ich brauch mal Hilfe, Botlane. Weil sonst ist die kaputt. Der Tower da ist nur noch ganz dünn. Jetzt holt der Bob mein Tower. Ach, Gott, das gerade jeden Last wird. Lächerlich. Nein. Bist du jetzt tot? Oh, der ist... Der Flash. Ja, du wirst überleben. Aber noch tanzen. Ich hätte schon dezent gelacht, wenn jetzt die Ulti gekommen wäre. Ich habe immer noch Angst vor dem Taucher. Der fängt einmal an zu fliegen und dann haben wir es geschafft. Oh, die pushen alles rein, was geht. Ihr habt alle schon eure Tower verloren? Und der ist noch immer da, der Spasti. Ich gehe mal mit, vielleicht können wir sie töten. Es lief nur mittelmäßig gut auf der Botlane. Um es mal milder auszudrücken. Aber ich krieg schon Crits. Wo ist die Diana? Wo ist die Botlane? Woll ja fort schon eigentlich relativ stark, wenn er nicht sein soll. Ich glaube, die haben mehr Worts als wir. Wir haben dafür Meeps. Da braucht Worts, wenn man Meeps hat. Wo ist das? Das ist die Diana. Helft mir mal. Töten wir die. Töten wir die. Ja, das war doch nicht. Das ist nicht so einfach. Oh man, die macht doch schon Damage. So, übertrieben, Angst. Woher kommen die auf einmal? Oh man, hätte der Dravind jetzt nicht denken können. Er ist dauernd der Toplane, Leute. Er müsste jetzt irgendwie die restliche Lehn halten. Ich hole mir jetzt nämlich. Fuck. Also, will dazu. Ach. Fuck. Ich müsste eigentlich backen. Alter, da sind zwei Leute top und ihr verreckt's da. Warum? Das ist wie ich hier. Ach, dies ist Damage. Oh my God. Diana ist so stark, ey. Die Sache ist auch Level 15, die wir sind hier. Oh man, komm. Nein, sie sind. Ja, wirklich Level 15. Nein, ja. Der will zählen. Junge. Junge. Vorher sagst du noch, das müssen wir jetzt gewinnen. Äh, das hab ich nicht gesagt, das hab ich geschrieben. Ja, stimmt. Na gut, aber auch nicht, da hab ich auch nicht mitbedacht, dass ich ADC gehe. Ich hab erst gar nicht gesehen, dass du Toplane gehen willst mit Rilla. Aber was soll ich sonst gehen? Als der Jungle Rilla machen könnte. Oder... Oh man, das ist badass. Let's explore the Meta, Rilla. Soll ich Dritter Weltkrieg Sperrfeuer machen? Ne, du uns nicht. Er ist tot. Er hat keinen Flash, der Junge. Kannst du teleporten? Cool, den ist ein bisschen unnutzlos bei dem, aber... Karte in den Hals. Mir können sie jetzt nicht Darren machen, aber ich muss backen. Ich hab zur Teleport, ich kann das... Ja... Stell mir das irgendwie so grausam vor, wenn... Wenn dir Twisted Fate so ne Karte so in den Halsschlagader wirft. Äh, Leute, unsere Base! Oh mein Gott! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Aber da Mitte kommt jetzt auch wieder Diana, wenn sie nicht aufgehalten wird. Ertöten wir den einfach. Ja! Töten wir sie einfach. Ich bin hinter ihr, also... Wolltest du hier reingehen? Ja sicher, die ist alleine. Oh mein Gott, die Solo da. Oh Leute, ich glaub ich mach mal... Ihr müsst schon weg. What the fuck macht's hier da? Ist ja mal... Ich würde sagen, dass... Aber es ist nur so ne Vermutung von mir. Ist so dezent gruselig, die macht mir wirklich Angst. So, geschlitzt. Sei froh, dass du überlebt hast. Das soll ich dir jetzt danken, ja? Mir? Nein. Dem ganzen Team! Oh mein Gott, wir müssen doch auf Baron aufpassen. Ich bin euch doch immer dankbar, wisst ihr doch. Auch wenn ich's noch nicht gesagt hab. Ach so. Oh oh. You're dead? Warte, ich komm zu dir! Meine Hände sind kalt. Junge, lauf, du bist Nuno, der kann eh nix machen. Ich geh auf den Gamma drauf eigentlich. Da ist eh keiner da. Ja, Drake ist da, dass ich den Kunden habe, da ist sicher wer. Ich hab nur meinen Wort. Die Gegner haben auch gar nicht viel mehr. Haben sie ihn schon? Töte einfach auf... Nein, die machen mich. Nein, jetzt kriegen die Draken. Oh fuck, alter. Ich komm, ich komm, ich komm. Alter, dead crit. Töter, Krieg, Sperrfeuer! Oh nooo... Toll! Alles raus! Yo, Leute, dass er schießt, ich jetzt den da reinfährt. Bam! Nice. Äh, der Jena ist ab, gell, nur zu ihm vor. Aber er könnte jetzt eigentlich Drake sch... Na, weiß ich nicht. Machst du Damage? Ja, das ist der Blaine. Hm, weiß nicht. Wir probieren's einfach. Udi ist mitlehnend. Der hat ja noch Bart. Fast, macht's ihn schnell, macht's ihn schnell! Macht's ihn schneller! Schneller! Es geht nicht schneller, ich hau schon auf die Tasten! Alter, hau, hau, stärk auf die Tasten, komm! 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 Da kommt die was auf, holt der Kluboff oder so schnell, sonst holt die in sich. Aber er sterbt sie nicht. Oh, ist sie dort unten? Ja, da ist sie. Quark, der Tower ist weg wahrscheinlich, oder ob nicht? Nee, ich komm da hoch, weg, weg. Ab da. Ja, giss es. Ach, hier hätte ich auch weiterlaufen sollen. Ach, fuck, alter, ich kann nicht last hitmen. Einsicht, ne? Red Buff is up. Soll ich mit ihn holen? Ich hole ihn mir einfach. Ja, hol ihn. Wenn niemand antwortet, dann kannst du ihn dir holen. Oh Gott. Was los? Wrong. 3000 HP. Ja. Outi. Aufhieles. Oh, bald hab ich mein Spiritus Arsch fertig. Ach, komm, wie hab ich den nicht gekriegt? Ah, sind wir im Busch drin. So ein bisschen Angst, aber wenn ihr hier alle seid. Das ist der Nasus, der kommt grad zu mir raus. Dann hab ich nur noch ganz wenig Angst. Was ist mit dem Jungen? Der Junge geht auf den Tower drauf, Alter. Mann! Mann! Ich will nicht rein, er ist dem Brothbane. Der Junge ist im Brothbane, ne? so ... die ist so ... die glaubt sie ist die beste, tuten wir sie einfach. nicht die beste, sie ist einfach nur extrem gefiedet. und of Nasus Rage ein bisschen gerade. Ah, nein! Ah, nein, 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 nein! Ah mein Rüth, wusste ich, dass ich das so lange brauche, FUCK, Alter, jetzt kommt der mit Teleport rein! MEIN GOTT hmmm ... oooh Naja, die Ulti-Bonn ist halb eine Sekunde zu spät. Naja, nicht so schlimm. Alle Bosse müssen mal sterben, ne? Deswegen verrecken wir auch die ganze Zeit. Uh, der Smite. Ui, der kommt noch was zu dir. Da kommt die Diana. Unsere Base, nein! Unsere Base passiert nichts. Nicht weinen, kleiner. Alter, wir verlieren das Game, Junge. Ich muss weinen. Du musst du das? Weinen. Die Diana ist gestorben? Wie das? Das heißt, der Steuerberater, der kann viel. Wann kommt eigentlich Loll CS 2? Ne, 3, so rum. Machst du da noch was? Nee. Ich wacke die alle grad. Also mit dem Chat und so fand ich schon geil. So echt Hammer. Wieder kommen sie auf dich drauf. Oh lol, alle da. GG. Leute, ich traue mich nicht Nasus anzufreiben. Aber ich bin natürlich übelst der Hard-Counter gegen Nasus, weil blutende Wunden und so. Tschüss. Alter, die haben Exhaust schon wieder? Was? Oder die Top-Wave. Einfach. Hilfe. Ich weiß nicht, warum sich die nicht einfach Baron holen. Alter, die sind so weit vor. Ne, wegen dem Drecksdings. Ja. Und ist cleared. Jetzt muss mit Lane geräumt werden. Habe ich diesmal keine Ulti. Sonst holen sie sich einfach jetzt. Nein! Kannst du warden, Stefan? War zu Baron bitte, ich kann teleporten. Bei meinem letzten Ward kann ich warden. Ja, ich muss teleporten wahrscheinlich. Okay. Passt. Sehr guter Mann. Immerhin. Ein Glück gewinnen wir. Nein, das geht's ja nicht. Machen die Baron? Ja. Muss man irgendwie ein bisschen gute Laune verbreiten hier. Oh mein Gott, Baron. Ich bin Suicide Mission. Weißer. Easy! Oh mein Gott. Leute, defts. Geht's dabei hin für die Baron Creeps? Ihr habt alle Baron Buff? Geht schon. Macht's euch nützlich. Ey. Lass ich nicht mit mir reden. Hahahaha. Mach dich nützlich, du Penner. Hahahaha. Na sorry. Hahahaha. Hahahaha. Ich hab so Schiss vor Draven und vor den Eidens. Oh, okay. Nein, der Steuerberater ist tot. Lenzen und Partner. Ach nee, das war ja kein Steuerberater, oder? Ja, das ist nicht. Oder verwechsel ich da grad was? Geht's auf den Draven drauf? Ja. Hallo, der Out Attack for free. Aber ich krieg Nautilus noch. Oh. So gut. Kann doch nicht sein, dass der das überlebt hat. Ich fühl mich irgendwie ein bisschen schwach. Ja. Oh man, alter. Komm. Hust, hust. Da auf die drauf. Ach fuck. Falsches Ding. Das tut er dich. Bart muss back. Oh, nice. Bart muss back. Bart muss back. Bart muss back. Bart muss back. Den juke dich um. Geh dich back. Den juke dich um, Junge. Nein, nein. Er stirbt. Er ist tot. Nein. Nein. Ich hab den Skill. Ich hatte doch W. Er hatte doch W ready. Alles gut. Easy. Ich hab auch böse ausgehen können. Ich hab Angst um dich, mein Sohn. Aurelia, da kannst du nicht einfach die ganze Zeit rumspringen. Was ist mit dir, ha? Sag mir, was ich tun kann. Schau. Hacke. Oh man, Drake ist weg. Der braucht man nicht gegen ihn. Der ist schon seit drei Jahren weg. Aber Redpuff ist auch weg. Ah, die haben doch schon drei Drachen. Noch zwei. Nein, der hat Redpuff gestohlen. Nein. Wieso? O. Kommst du weg, Bart? Mhm. Der ist ja äh. Äh, der ist Mist. Wölven kann uns. Tutten wir den? Dorff ist. Da ist er. Ach, echt. Ein Dunkel. Vielleicht gleich drüber. O. Lols. Du bist zu... Nicht sterben, Bart! Werbe nicht! Oh, seh ich! Ups! Fuck! Ich glaub ich wär schon ein Arche weiter. Jetzt ist er weggekommen wie der blöden Portal! Weggestarmt, Junge! Wir können doch hinterher! Bam! Nackenschuss! Wenn der überhaupt nacken hat! Da drüber flasht! Was ist das? Oh, okay! WTF ist das? Ah, da ist er! Jo, jo, was soll ich machen? Ich bin auch nur einmal Person! Wir kommen von hinten! Wir sind ja da! Oh, die macht einen Damage, ey! Jo! Der hat keine Chance! Wollen, wollen! Na und, dann erschießen wir sie halt jetzt! Die ist erschossener! WTF? Was geht mit ihm, ey? Was ist mit dir? Was ist schiefgelaufen mit deiner Erziehung, mein Sohn? Ey, lass uns darüber sprechen! Mein Sohn? Bist du nicht mein Sohn? Ja, ich weiß nicht genau! Nein, also mein Sohn bist du! Und dein Bruder bin ich! Ja, Support, nimm ruhig mit Lane Farm weg! Das war Bot Lane! Das war seine Lane, verstehst du? Du hast von seiner Lane Farm weggenommen! Also geht's einfach darum, das in die Welt hier zu kieren! Fuck, Alter! Wir haben noch alle so wenige Items! Hier geht's grad nur darum, nicht zu verlieren, ey! Liebe Hilfe! Bart, komm! Oh Gott, Alter! Ansonsten lass ich mir ein Bart weißen! Das wird's! Wir können doch da hinterher! Ja, du bist aber schneller! Huiiii! Nein! Geh, geh! Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein! Fuck, der hat einfach meine Kripp lockt! Fuck! Da rennt mir nach der Junge! Ach, schießt sie ihn so! Hälft's mir! Hälft's mir doch! Willkommen! Willkommen! Komm, du bist so schnell! Boah, da kommt die Dayan auch noch! LOL! Du gehst suicide! Jetzt kommt der Teleport! Oh! Ja, das war... Ja! Sportig! Wartet, ich helfe! Fuck! Hälft's mir! Geißer! Geh weg! 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 Geh holt sich den Inhibitor! Die können stehen jetzt kriegen! Aber egal! Komme! Und jetzt erschieß ihn auch noch! Oder vereise ihn wir auch noch! Und wir wollen jetzt Dayan auch! Pass auf! Komm schon, Junge! Der kann eh nix! Easy! Hit sie! Oh mein Gott! Die Tanki ist die denn! Was ist das für ne Bitch, ey! Schieß sie doch nur! Ja Alter, die macht Damage! Ja, die hat... Die hat die Tanki, Alter! Die hat... Schau mal dir ein Bild an! Ähm... Diana... Diana... Oh! Ach, du Tanki ist doch noch nicht geworden! Ja, die hat... Die hat... Die hat... Die hat das neue Lootens Echo! Ich finde das schön! Mann, du hast euren Cannon weg! Dein Cannon? Ach so! Cannon Creep! Cannon ist ein Hamster! Junge! JUGE! Ich brauche mehr Farm, Alter! Ich bin Tank! Wenn ich... Wenn ich sterbe allein, dann ist das ein schlechtes Zeichen! bloß ab oder den okay war der gerade gleich geworden ja 700 movement speed teleport ich komme gleich zu schnell sonst kann gar nicht mehr stecken wer hat jetzt den bluboff bekommen ich nein oh das können wir auf die berlin ist ab in drei sekunden 21 wieder ein schöner wort stefan wir müssen jetzt contesten leute ich kriegst ja wieder gesteilt nein das war das war nur lag da war ich auf die leute und wir können nur noch ein leute im kohlein wenn sie sich so der macht so gut er ist der behindert gehen wir drauf den fahrrad der spaß ok jetzt kommen auf drei wenn auch ein gut beleidigt sauer er das war nicht mache ich dritter weltkriegssperrfeuer rein wo das der nasus Es endet hier. Drake ist auch ab. Können wir Drake nehmen? Schnell oder? Haben wir Baron einfach schnell? Keine Ahnung. Oh, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Diana, go, go! Fuck, das war ein Drake jetzt grad. Das war der vierte. Go, go, Power Rangers! Oh! Power Rangers! Nein! Da, 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 da! Garmin ist dann! Weg mit dem Jungen! Aua, schießt man Leute irgendwie. Jo, ra! Okay. Fuck, und ich muss jetzt dafür sterben, oder was? Es ist das dritte Mal, dass das passiert. Ich wollte einfach ihn nur retten, ne? Ja, was du willst! Fuck, Mann. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir! Nein, Mann, was machst du? Jetzt kriegst du ein Quad, Reichsus, komm! Ja, natürlich kriegst du ihn, sie hat ja das Movement-Style, Alter. Ja, genau, das tötet uns grad, ne? Soll, das tötet uns grad, ne? Soll, das tötet uns grad, ne? So, so, nebenbei. Nein, was ist das? Ja, danke, Alter, was macht's hier? Geht's doch woanders hin? Ich hätt teleporten können. Jetzt wirst los, das ist auch eh klar. Nein. Oh, Mann, wirklich. Das tötet mich nicht. Ah, du seh! Ah, du seh! Dann hast du jetzt erstmal einen Daumen runter für das Gameplay. Alter, ich geb dir einen Daumen runter. Mir? Ja! Ja! Ich hab gar nichts gemacht. Was? Nichts Falsches. Könnt mich ja gar nicht reporten. Mach mal auch so. Was? Mach mal aus. Report-Player? Jetzt muss ich wie so eine Puzzle tun, so. Puh! Ja, ich mach eh. Okay. Jetzt kommt der ganze Flame. Jetzt gibt's keinen Flame. Ich weiß noch nicht, was das Problem war. Gibt nur Flame. Außer die Diana und der... Alter, der... Kacke. Ich bin doch hier den Draven und dann auf einmal alles... Egal. Egal. Ich bin raus. Ciao. Ja, mach den aus jetzt.